So, Kirn, wie ist die Stimmung heute draußen? Ja, so schön! Ja, so wollen wir das. So, die Band steht hier vorne, die sind alle heiß, die haben Bock, oder? Naja, wohl. Ja, naja, geht so, gut. Okay, dann fangen wir mit dem Jüngsten an. Er kommt aus Mainz, spielt das Fender Rhodes, der 70er. Ein Riesenapplaus für Mr. Kallwert! Das GimmeCord, 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 c'mon. Und jetzt, wenn er einen schönen Braun spielt, ach, das klingt einfach geil. So, und wir fangen mit dem, wir machen weiter mit dem Nächsten, mit dem Kleinsten der Band. Er kommt aus Ansbach, ist heute hierhergefahren. Ansbach ist bei Nürnberg am Bass und Gesang, der wundervare Andrew Lauer. Der Kleinste. Der Kleinste und der Dünnste, gell? Geiler Typ. So. Ich hab gedacht, zeig mal meine weibliche Seite heute. Geh mal in Pink. Ja, Pink geht mal ja ein bisschen steil heute, heutzutage. Oder, Kai? So, und jetzt zu unseren Horns. Sie kommen aus Frankreich. Sind weit gefahren. Fangen wir mal mit dem an, der am weitesten gefahren ist. Er kommt aus Straßburg. Straßburg. An der Trompete, der wunderbare Julien Hornbücher. Julien. Bonsoir, Julien. Sabah. Trappier. Ja, bei mir auch. Sehr gut. Vielen Dank. So. Und er hat nicht so weit zu fahren, aber das ist so gefühlte fünf Kilometer hinter der saligen Grenze. Bitch heißt das Ding, ja. Hey, you bitch. Bitch. Er kommt aus Bitch. An der Posaune, der wunderbare Jérôme Vincent. Sabah, Sabah. Trappier. Très-Tréppier. Es wird immer besser. So, dieser junge Mann, er ist, sag mal, der Kopf der Horny Horns. Er kommt aus Metz. Für euch. Heute zum ersten Mal. First time here, right? Erste Mal hier in Kirn. Ein riesen Applaus für Mr. Frank Anzalon. Frau. They love you. Sabah. In Frankreich küsst man sich ja dreimal, ja. Das vergesse ich immer, wenn die Jungs mich abschnecken. Aber es ist nett. So, jetzt für euch. Heute ist the first time for you here in Kirn. Ja, you like Kirn. Kirn is beautiful, ja, isn't it? So, she is coming from North Carolina, Wunsenzerbrücken. Ein riesen Applaus, aber einen so fetten Applaus für Mr. Neil Gray. So, wir hoffen ja, dass die Tanzfläche gefüllt wird. Ja, die Tanzfläche ist hier. Also hier das graue Zeug. Also die Sandfläche. Das graue Zeug, wo man eine Hände immer abkriegt. So, ihr könnt auch gerne mit eurem Tisch ein bisschen vorkommen. Das ist so schade, wenn ihr so weit weg steht, ja. Wollt ihr das machen? Komm. Ne, machen wir. Komm, hopp. Rolle dich. Zieh die Schuhe aus. Rolle dich. Okay, ihr macht das, ja. Also kommt ruhig nach vorne. Wir würden uns freuen. Viel Spaß mit den Funkbrüdern. Und meine Damen und Herren aus St. Wendel am Schlagzeug. Meine Brüder, Hermann Feierkamp. Okay, party people. Genau, bewegt euch mal ein bisschen. Das ist schon die richtige Attitude. Genau, auch das Nicken nicht vergessen. Don't ride. Don't ride. Lookin' back on when I I wasn't the one that we had it for I found my only worry Was the Christmas was, would be my talk Lookin' back on when Never could begin You were happy with Short and little plans Smokin' cigarettes And writing something nasty on the wall It might not sense you too The reals and reals office down at home You throw the eye and learn That some kind of little rise But what you were doing Short and little I wish to stay I could Come back home more I wish to stay Ever Have I had to go I wish to stay Come Come back home more I wish to stay Ever Have I had to go And do If you are Look at the hand Come back saying Dude And he's been telling about you Playing doctor with that girl All right Don't you know I give Untertitelung. BR 2018 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 Ladies and Gentlemen, Freunde des Körnerbieres, ich bitte um Applaus für den unfassbar geilen, guter Sinten, Franka! Oh yeah, 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 oh yeah. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.